Das zweijährige Mädchen, das am Donnerstagabend bei einem Fiaker-Unfall am Stephansplatz in der Wiener Innenstadt schwer verletzt worden war, war nicht in Lebensgefahr und befand sich auf einer Normalstation. Das sagt jetzt eine Sprecherin des Wiener Gesundheitsverbunds. Laut Polizeisprecher Christopher Ferniak fällt das Kleinkind demnach aus der Kutsche, nachdem es kurz nach Fahrt antritt, an deren Tür hantiert. Eine aus Oberösterreich stammende Familie war mit der Zweijährigen zuvor gegen 18.30 Uhr auf der Höhe Heumarkt in den Fiaker gestiegen. Nach wenigen Metern kommt es dann zu dem Unfall, bei dem die Kleine aus der Kutsche fällt und in Folge von dem Gespann überrollt und dabei im Bereich des Oberkörpers verletzt wird. Die Berufsrettung leistet erste Hilfe, demnach wird das Kind mit dem Rettungshubschrauber Christopherus 9 in ein Spital geflogen. Für die dazu notwendige Landung auf dem Stephansplatz musste die Polizei das Areal großräumig sperren.